Fünf lustige Fakten über Länder Nummer 1 In Albanien nickt man für Nein und schüttelt den Kopf für Ja. Kurios Nummer 2 Deutschland Das längste je veröffentlichte Wort in Deutsch ist ein Zungenbrecher. Donau, Dampfschifffahrt, Elektrizitäten, Hauptbetriebswerkbau unter Beamtengesellschaft. Nummer 3 Frankreich In Paris gibt es nur ein einziges Stoppschild. Man kann tote Personen und auch den Eiffelturm heiraten, darf aber per Gesetz sein Schwein nicht Napoleon nennen. Nummer 4 Die Schweiz In der Schweiz steht eine 5000 Jahre alte Statue und die Brunnenfigur frisst ein Kind. Die Statue wird Kindlifresserbrunnen genannt und soll ungehorsame Kinder einschüchtern. Ja, dann den guten Nummer 5 Brasilien Es gibt in Brasilien eine Bar, die sich Osama Bin Laden nennt. Man wird dort von einem Osama-Doppelgänger bedient. Man wird hier ein bisschen nachgeschrieben. Was ist ein Kindlif